Was ist das Problem, Gretel? Unsere Eltern lieben uns nicht. Ach nein, du bist unglaublich doof. Unser Vater ist toll, aber unsere Mutter ist nicht sehr intelligent. Meine Mutter, sie ist nicht intelligent. Ich liebe dich, Gretel. Ich liebe dich, Hansel. Die Kinder sind sehr intelligent. Ja, und teurer. Wir haben kein Geld. Die Kinder müssen gehen. Nein, meine Kinder sind schön. Nein, ich will schon. Die Kinder nicht. Wir zum Wald kommen, Erdmann. Du Zerluf. Bin ich nicht. Okay, wir beginnen morgen. Ja. Hey, es ist Brot. Tschüss. Ich habe Kiesel in meiner Hose. Wir können eine Spur legen und der Spur zurückfolgen. Oh Hansel, du bist sehr intelligent. Oh ja, bin ich. Ich liebe dich, Gretel. Ich liebe dich, Hansel. Lassen wir die Kinder hier. Perfekt. Ach, wir sind verloren. Nein, du spürst und Kiesel. Ach, oh Hansel. Das Haus. Ich bin müde. Hier ist ihr Brot. Komm nicht zurück. Ich habe Brot kommen in meiner Hose. Es ist okay, Grötel. Wir können eine Spur legen und die Spur zurückfolgen. Hansel. Meine Beine sind gelieb. Oh ja, das ist sehr gut. Hallo, meine Lieblinge. Oh Gott. Ich habe Tee. Grötel, du musst posten. Hansel, dicker werden. Ach nein. Ach nein, du bist nicht dick genug. Erf dich jetzt. Ich habe zu viel Hunger. Das Haus. Euer Mutter ist tot. Jetzt können wir glücklich leben. Ja. 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 Ja.